Herzlich Willkommen bei MetalAlterTV, dem Kanal für Leute mit gutem Musikgeschmack und heute hören wir mal bei MyDominion rein. Die Band, die ich auf dem Rotten Feast ja schon gesehen habe. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, mein Video zum Rotten Feast findet ihr hier oben im i. Aber MyDominion haben vor ungefähr zwei Monaten ein Video rausgebracht, das nennt sich Riot. Aber damit ihr auch mal wisst, MyDominion, der Legacy hat über MyDominion geschrieben, wenn MyDominion dann auf der Bühne auch die Groove-Keule im Stile von Gore festkreisen lassen, gibt es eh kein Halten mehr. Ich hoffe, das ist jetzt bei dem Video genauso. Ich meine, ich habe die Band gesehen, ich habe die Band gefeiert, aber an die einzelnen Lieder, da kann man sich immer so schwer dran erinnern. Egal, wir hören da jetzt rein, ihr kennt das Ganze, ich quatsche die ganze Zeit drüber, danach quatsche ich ein bisschen über die Band. Und über das Video, los geht das. MyDominion... Kracht, geil! Genau so geil wie live, muss man, muss ich den lassen, sehr geil. Kracht, gut, das ist geil. Blöde aus dem Ruhrgebiet, wenn ich mich da nicht täusche. Ja, natürlich, ne. Ah, geil. Das kann ich mir den ganzen Tag anhören. Das gibt gute Laune. Reut. Riott. Liott. Riott. Riott. We have to rebel. Riott. We're under the spell. Riott. We have to fight. Riott. Alle kriegt direkt wieder Laune auf so'n Konzert. Die Schönheit des Ruhrgebietes. Die Verschmutzung des Ruhrgebietes. Man sammelt Müll auf oder die Verschmutzung allgemein der Natur. Die Kämpfe gegen das Establishment. Ich leh mir mal an. Oder gegen die Verschmutzung. Sehr geil! Oh, da ist das Lied jetzt auch so langsam zu Ende My Dominion Right, geiler Song cooles Video so diese Ruhrpott Locations, sehr dreckig dargestellt und die Band einfach nur im Proberaum, beziehungsweise dann der Sänger auch mal vor einer Graffiti-Wand geil also einfach nur, das Video gibt auch so ein bisschen Brutalität wieder, auch allein durch diesen Schwarz-Weiß-Deal, durch die Leute, die da rumgelaufen sind ich weiß nicht, waren das bloß Fackeln oder war das auch ein Molotow-Cocktail konnte man jetzt so nicht, also ich konnte das jetzt nicht so gut erkennen, auf jeden Fall auch diese gewisse Aggressivität der Leute in dem Video zu sehen es bringt die Aggressivität der Musik durch die Aggressivität in dem Video auf einen Punkt, dass es einfach gut passt, gut zusammengehört, mir gefällt ich hab die Band ja auch wie gesagt live gesehen auf dem Rotten Feast und da haben die gut geliefert, muss ich sagen hat mir echt gefallen, findet ihr auch in meinem Video hab ich ja eben schon erwähnt, da oben im i oder unten in der Caption irgendwo ähm, ja reden wir mal kurz über die Band My Dominion, komm aus Essen aus dem wunderschönen Ruhrgebiet ja ja gibt es seit 2005 haben auch 2006 ne, eine Demo rausgebracht, 2008 haben sie eine Demo rausgebracht und 2014 ihr Album, ihr noch aktuelles Album kommt wahrscheinlich jetzt was Neues wenn es jetzt mit Riot einen neuen Song gibt und ähm 19 gab es auch eine Single mit It Follows aber laut Metal Archives finde ich hier nichts mehr und auf ähm Bandcamp finde ich tatsächlich auch noch nicht mehr dann warten wir mal ab was da kommt Riot der Song auf jeden Fall ultra geil gefällt mir wenn euch die Musik gefällt dann folgt der Band überall freut die Band sich bestimmt auch drüber ich freue mich auch über jedes Follow und überlege jedes Like genau wie die Band ihr kennt das Ganze und ähm ja im liebsten Sinne würde ich noch sagen habt einen wunderschönen Tag În Gott Äh